Hallo und herzlich willkommen beim Wetter von Wetter.net. Das Hochostraders bringt am Freitag bestes Frühlingswetter. Das Zentrum des Hochs liegt derzeit über Osteuropa, aber es dehnt sich immer noch bis Mitteleuropa aus und auch bis nach Deutschland. Und das bedeutet am Freitag wirklich tolles Frühlingswetter im ganzen Land. Die Temperaturen sind wirklich sehr, sehr hoch. An den Küsten noch etwas gedämpft mit 15 bis 16 Grad, aber im Landesinneren, da werden 18 bis 23 Grad erreicht. Und den Vogel in Sachen Wärme, den schießt wahrscheinlich der äußere Südwesten ab, denn hier geht es rauf auf 24 Grad, vielleicht sogar direkt am Oberrheingraben, stellenweise bis auf 25 Grad. Und das wäre dann der erste Sommertag des Jahres 2015 und das am 10. April. Das Wetter dazu insgesamt sehr sonnig, vielfach 10 bis 12 Sonnenstunden nur im Osten. Da sind die Wolken etwas zahlreicher. Hier kann es auch öfters mal etwas trüb bleiben. Der Samstag bringt dann zum Ausgleich dem Osten mehr Sonne als Wolken. Dazu Temperaturen bis zu 22 Grad. Aus Westen ziehen allerdings Schauer und teilweise auch die ersten Gewitter der Saison heran. Der Sonntag und der Montag, die werden stellenweise leicht wechselhaft. Es gibt sogar weitere Gewitter und die Temperaturen, sie erreichen im Schnitt so 15 bis 22 Grad. Ja, und in der kommenden Woche, da gibt es dann schon wieder die nächsten Wärme. Man kann es fast schon Hitzepiek für April nennen, denn die Temperaturen, sie gehen wieder nach oben. Am Mittwoch sehr wahrscheinlich 18 bis 24 Grad. Dazu ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Ja, und der Donnerstag, der könnte dann wirklich einen Rekord aufstellen für die Jahreszeit. Temperaturen 20 bis 26, vielleicht sogar lokal im Südwesten bis 27 Grad. Dazu viel Sonnenschein. Ja, und wenn die Flüsse und vor allen Dingen die Freibäder schon offen hätten, beziehungsweise die Flüsse nicht so kalt wären, dann könnte man schon eine Abkühlung im Nass suchen. Ja, der April, der scheint so wirklich zu einem kleinen April-Sommer werden zu wollen. Doch was kann das für den Sommer bedeuten? In den letzten Jahren, da war es häufig so, im März und April viel Sonnenschein und viel Wärme. Aber der Sommer, der wurde dann leider doch eher wechselhaft und eher nur mäßig warm. Auch dieses Jahr könnte das wahrscheinlich leider ähnlich werden. Der amerikanische Werdienst Noah hat bereits einen ersten klimatologischen Langfrist-Trend für den Sommer 2015 berechnet. Und er geht eher von einem wechselhaften und nur mäßig warmen Sommer in Deutschland aus. Aber keine Sorge, das ist nur ein Klimatrend, das ist noch keine echte Wettervorhersage und niemals sollte danach seinen Urlaub planen. Doch jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen, tollen Frühlingstag bei Temperaturen, die fast uns schon den ersten Sommertag des Jahres bescheren könnten. Tschüss, bis dann! Tschüss! 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 Vielen Dank.